Nummer 4. Multifunktionale Projektorlampe, mit farbigen Lichtern, Nachtlicht, Musik, mit dieser Lampe werden Sie Ihren Kindern ein fantastisches Erlebnis bieten. Es kann über USB aufgeladen werden, die Ladezeit beträgt etwa 2 Stunden. Über eine komfortable Fernbedienung können Sie alle Funktionen steuern. Es gibt 6 Szenarien, die Sie je nach Lust und Laune Ihres Kindes jederzeit ändern können. Drücken Sie einfach den Knopf für die 360-Grad-Drehung, und der Sternenhimmel oder die Meerestiere, die auf die Decke und die Wände projiziert werden, bewegen sich. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Cinderella musikalisches Nachtlicht mit Sternenprojektion, Möglichkeit zur Auswahl von vier verschiedenen Tracks. Die auf die Decke projizierten Sterne ändern automatisch ihre Farbe. Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Die Lampe wird dem Schlafzimmer Ihres Kindes eine magische Atmosphäre verleihen. Großartiges Produkt. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 2. Projektor für Kinder, vier Szenarien verfügbar, Sternenhimmel, Sonnensystem, Karussell und Meereswelt. Der Projektor ist auch ein kleines Nachtlicht, das Sie auf Ihrem Nachttisch aufbewahren können. Es verfügt über acht Farbmodi Ihrer Wahl. Sie können den richtigen Beleuchtungsmodus und den Projektionsfilm wählen, um die Lieblingsstimmung Ihres Kindes zu erzeugen. Der Nachtlichtprojektor kann mit vier Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten, oder mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel betrieben werden. Diese Lampe hilft Ihrem Kind beim Einschlafen. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1. Mit dieser Multifunktionsprojektor-Lampe hat Ihr Kind zwölf Musikstücke, ein Nachtlicht und verschiedene Themen an der Decke oder an den Wänden zu beobachten, wie zum Beispiel Planeten, Sterne, Astronauten, Elefanten, Kaninchen, Füchse, Giraffen, Zebras, Löwen und Rehe. Es stehen acht Farben zur Auswahl. Die Lampe hat einen Berührungsknopf, um die Szenerie zu wechseln, oder eine Fernbedienung, um die Funktionen fernzusteuern. Es wird mit einem USB-Kabel aufgeladen. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung.